Wie ist die Luft da oben? Und aus dem Hebel ein Bosuki-Spiel. Kurz vor Drehbeginn, erste Amtshandlung, Schädel abrasieren. Ich meinte natürlich die Haare. Okay, also ich wäre jetzt gleich wieder soweit. Dann brauche ich eigentlich so einen Flower Ranger Move. Sieht schon Knorke aus, Leute. Jetzt geh mal in die Emotionen, bitte. Hast du auch ein Eisfach? Dann hast du meine Gefühle. Meine Kamera läuft. Meine auch. Parley? Parley! Parley! Okay, bereit, wenn ihr es seid. Es geht, los! Tho, meinst du auch? Komm, Leck! Wir müssen auch eine vegane Variante ohne Fälle machen. Weißt du, das ist auch cool. Der Ume fotografiert. Ich bin auch dabei. Sehr gut, der Thema. Okay, ich muss noch einen fotografieren, wie die beiden sind. Perspektivwechsel. Das ist so überfordert. Nee, das sieht man nicht so gut. Das ist so überfordert. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Warte, ich teste mal einen Moment. ZDF, 2020 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 Es ist ganz schön windig und es fliegt gerade irgendwie alles um die Ohren. Das wäre einfach cool. Ich sitze so, weißt du, alle sind so andächtig und ich spiele das so, als ob ihr wirklich halt voll deprimiert seid und ich spiele so vor mich hin. Sehr cool. Musik 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 Christian! Was? Du kannst gleich loslaufen. Mit wann? Trink die Saga. Gut! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020